das ganze das ganze das ganze team sagt irgendwie balls ich vermute ich vermute leblanc mitte kassa den top lane und voli bär timo bottom lane damit der voli bär uns in die pilze timo schmeißt wie gesagt ich gehe davon aus dass es damit der uns in die pilze von timo schmeißen kann dass der das macht dass die das machen ich wüsste ganz gerne ob der timo ad oder api ist ja ich bin noch schon angucken und ja es lebt noch entschuldigung das internet ist sehr sehr langsam geil abheben mit effekt damit wo die bär und unsere sechuanie ist über 3 und die bei gold 5 ja die wird wegen mir so hoch gerankt aber trotzdem ich bin supporter was lachst du so ich bin gold 5 und das team geht halt so wie sie normal auch spielen normaler api timo der mich die ganze zeit abpacken wird bei plant file und noch mal da steht ein wort was machst du er rammelt sein tisch ja klingt zumindest so ja ich weiß wird es nicht gesagt wie ewig ich nicht mehr so wie gespielt habe ich habe blitzkrieg hat eben noch gespielt aber der auf ap hätte er ist wirklich auf support guck mal es schneit wenn du jetzt gleich wegfliegt wenn du jetzt gleich weg fliegt so dann flesche ich mich über diese worte mal mit okay ja hab ich doch gesagt timo ja und leblanc wie gesagt ja ist ja okay ja der hat zuerst links bums geskillt der hat kein meister mir auch gleich drauf da waren überhaupt drin das ist ein klick und kannst du den blend fallen nicht hier schielen wie oft soll ich das machen ich habe cool dann darauf 22 sekunden jetzt so auf dem plan fall dass er mich rein theoretisch damit töten könnte in der zeit meinen ersten wenn ihr verpasst glaube ich wo ich nicht unterbrochen wurde ich habe gerade gelesen der 5 bei denen dann werden die cheater wenn ich noch nie cheater in diesem spiel gesehen aber ich schon ich war selber eine zeit lang einer hauptsächlich ja und mit der kugel wenn er nicht trifft kriegt er danach ein magisches schild was magischen schaden absorbiert ach ok oder hat so hat er eben als dann geblockt blockt aber nicht ins dann jetzt dann selber sollte es eigentlich nicht blocken anscheinend war nicht mehr in der range er war selbst dort er war verdammt nah ich weiß dass der nicht kommt nein dann war nur hier lang gelaufen da fuk Ich warte die ganze Zeit, dass sie mich eingreifen, aber sie tun es einfach nicht. Weil kommt drunter, irgendwo hier warte ich gerade. Danke. Ich kriege gerade keinen. Ich konnte nicht hochschlagen, ernsthaft? Früher ist zumindest das Hochschlagen noch gegangen. Dann trifft sie nicht. Oh Gott, ist das eine Arschkuh. Der Kassadin fand aber auch gut. Jetzt hat er seine Ulti. Was? Was? Oh stimmt, wir hatten nochmal eine Aufzählung, wie er alles noch in Silence hat. Blitzcrank hat einen Silence. Weißt du, dass ich gerade seinen Q geblockt habe, obwohl er schon lange durch war? Oh, ich habe Exhaust. Ja. Bis aufhinein, Timo. Bis aufhinein, Timo. Du liegt aufhinein, Timo. Die waren schon mal back. Ich uns nicht, ne? Die sind schon Level 6. Ich nicht. CV-6, war's doch nicht eben Level 6. Nein. Ich werde dann noch dem nächsten Minion, den ich mitkriege. Von Erfahrungspunkt werde ich, glaube ich, 6. Zeig doch. Rück. Warum bin ich? Nein. Willst du machen? Nein, 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 nicht mit deinem Leben. Ist okay. Hör ab. Ich habe 2k Gold. Vielleicht kriegen wir danach ein bisschen mehr gepokt. Nein, ich halte Papa auch nicht. Das kriegen wir doch nicht. Ja, es ist ein Kasser, denn es ist da erwartet. Ja, aber weil es so plötzlich viele sind. Geben beide weg. Du hast jetzt Ulti. Siehst du. Ja, ich gehe auch kurz weg. Das hat... Ja, das war der Eifer jetzt. Ob du Blu haben willst, Patrick? Ja, äh, 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 äh. Ich glaube, der ist weg. Der ist weg. Ein bisschen sehr, sehr später reagiert. Deswegen habe ich so mehr gesagt gerade. Schmachschnell. Oh, es hat plötzlich Glück. Ich war klar, dass ihr das macht. Ja, ja. Ist also. Die stehen alle hier. Ja, da, 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 da ist es. Bei mir war gerade bei mir. Kann es sein, dass ich gleich nochmal runterkommt. Ja, ich glaube, jetzt Außenraum zu morden. Pass das ein bisschen auf. Ich habe die ganze Zeit meinen Finger auf dem E. Die Haarfleift-Milch. Wir brauchen unbedingt mal einen anständigen Geng. Und du meinst generell einen Geng? Na, na, na. Die wäre beinahe gestorben. Das war mir jetzt ein Fähenschwert. Entschuldigung. Ja. Pass auf, ich geh back. Oh, ich hab null Mana. Wirklich. Null, null Mana. Cool. Das ist okay? Ja. Oh. Ich geh kurz das Vision Board oben ein bisschen absichern. Da ist ein Pilz. Hier wurde sie. Schade. Ich komm runter. Ja. Oh, war ein netter Versuch. Nice try. Oh, die Weih kommt runter? Ja. Von hinten. Ja. 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 Mann, den Dragon. Die wollen uns oben abfangen. Ja. Ja. Ja, das ist er. Basiert. Ja, sag. komm doch her Timo botten nehmen wir müssen den Turm anreißen, Timo steht unten ich hab keine, äh, äh, Linksbums runter Petri, bleib du Mitte, nicht dass die uns gleich alles unterm Arsch wegziehen ja rein, aber nicht alleine unter irgendjemandem mhm da ist ich bin da, der wird weghauen Timo geht back das nenne ich eine Kombo vom Minion Farm soll ich geh back du hast gesehen, dass ich nicht gestorben bin ja war gut von mir, oder? mhm war irgendwie doof Timo mag auch sterben mit seinem Leben ich hab jetzt noch das Verschnellungsmenü Petri Blue Timo ich bin dann weg bei wieso timo was auf, dass du Dingsbums nicht komm das hat laut gewartet alter ich bin gerade in den scheiß pilz reingerannt warum gehst du jetzt weg soll er laufen die lenkt uns die lenkt uns noch ich habe gerade mit mein e den smite abgehalten ja es funktioniert relativ gut weil ich zu spät den e gedrückt habe die lenkt ihm im mittel ja ich komm wie der leplom versucht verzweifelt irgendwie hat geflasht die vordere ist es weg besser ist das ich könnte auch das holen ja komm fang mal die an ja der hat da wieder wieder gewartet oh nee oh gott brauch halt hier nicht lang zu gehen Ja, schön! Ne Blanc! Weißt du, was? Das klingt nicht schön. Die Chastainton tot. Hm. Na gut, Setsu ist eh tot, wenn die die irgendwie irgendwo sehen. Kaffe auf. Wenn sie ihn... Danke. Ah, das braucht ihn noch! Ist doch klar, dass sie wegkommt. Ja, jetzt hab ich gedacht, das macht ein bisschen mehr, Senni. So viel AP hast du jetzt auch noch nicht. Nee. Ja, Senni. Achso. Die hat eine Tower in der Mitte. Wow. Daran sieht man wieder... Hey! Du greifst meine AD Carry nicht an. Ich hätte mich auch noch hirn können. Ja, aber... ...meine Ulti ist schneller wieder da als dein. Weg. Weg. Ja, weg ist gut. Petri, dein Blububub ist da. Schaffst du den? Nein. Wer? Mit dem der wäre. Ich habe nur den richtigen Stun. Okay, also noch lange nicht genug. Oh. Die wäre mir halt am liebsten, aber... Lalalalala. Ja, so. Wir haben hier noch einen... ...sang... ...mehr im Hintergrund, dass ich diesen Skin mag. Ja. Die sind alle mies. Außer Kassadin. Den Kassadin. Den Kassadin. Den Kassadin. Oh, so much gold. Leblanc, leblanc, leblanc. Ich habe das Exhaust gefressen. Nice. Okay, so. Entschuldigung. Ken. Ah, schade. Oh, geht's auch mit dir. Ist okay, ist okay, ist okay. Anakin. Anakin. Ah. Du bist ein bisschen in die Verkehrte Richtung gelaufen. Yes. Ah. Ah. Da sind sie doch. ich habe ein reset ja die kriegen jetzt ihren ersten turm ist aber okay gott guck mal ich bin wieder hoch geheilt super das ist so wie auch immer der auch immer ich die wei noch töten konnte weg ich gebe ich bin da rette dich falls irgendwas passiert ich bin da schon wieder alleine ist die immer alleine ich bin auch da ich habe den wohl lieber fast tot ja warte hier vorne ist jeden fall schrug und hier ist nichts drin ja ich kann ja das näher dran gehen pass auf die sind links im stange auch meine hört mich nicht ich will ich will fahren drake in 50 sekunden wir sollten das kleine viech machen ich werde abwurren das viege ist gemacht ja die war noch eben da die ganze zeit selbst geschafft zu fünf das viel zu machen ja das ist schon eine meisterleistung ja ich kann den auch alleine machen aber ich glaube nicht wenn ich mich auch zuste one schon das ist so schon Am Anfang nicht. Nein. Warum ist sie schon wieder alleine? Obenrum. Obenrum die Weihabfang. Das tut mir leid. Das kann ich nicht. Hier. Hier. Also wenn schon, die Leplom. Wenn, ich bin wie ein Detektor. Loll. Timo, hinter uns. Mitte. Warum Mitte? Weil ich die Mitte endlich den Scheiß-Inni haben will. Hier, da kannst du doch die Mauerkarte noch nehmen. Ja, da ist er doch. Danke, Renekton. Ich bin nicht unterknallt gefressen. Barriere war jetzt sinnlos. Ja. Pass auf, der Leplom ist auch noch da. Fünf Leute rein. Und so ist auch hinten alleine. Ja. Pass auf, der Leplom ist auch noch da. Und das ist wichtiger. Das ist eine superte Rolle. Wie gesagt, ich würde mal gern Mitte-Alt einreißen. Wenn das okay ginge halt. Nicht alleine. Ja, dann halt bottom den Turm. Wenn er runter geht, müssen wir alle gehen. Der hat mich eben in den Tod gebetet. Der Renekton. Ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen will. Wenn ich mich in irgendwas hochhellen will. Ja, da kommt noch Menjens. Wobei, da kommt doch ein Wully. Ja, der Wully macht mir halt ... Wully geht, Wully geht. heileblanc na du es geht denn so mich mal schneller ich hab sie getroffen weißt du dass du da drinnen stehst ok wir haben den Inni weg das heißt wir müssen mal unten zur Setsu auch wenn die so dumm ist wie ein Stück Schei ah stopp ja ja jetzt wird das mal reit wenn der mal Ulti anmachen würde Mitte einfach mit rein lülülülülü lalalalalala mitte ich krieg hier kein einziges kill alles kommt mit euch ich krieg hier kein einziges kill ja ich komm mit euch ja wo soll ich denn drinstehen ja wo soll ich denn drinstehen lalalalalala hauptsächlich geht es im moment darum dass wir den Minions unseren Buff geben und Timo töten und Timo töten doll muss zurück pass bitte auf gg innen du das war schön wie irgendwie nicht aber schuldig ich hab B durch Nice.